Discord hat sich in den letzten Jahren zu dem Top-Tool für den Aufbau einer eigenen Community entwickelt. Und da ist es dann auch nicht abwegig, dass man einen eigenen Discord-Server aufmachen möchte. Um das Ganze für euch nicht zu kompliziert zu machen, möchte ich nun einmal Schritt für Schritt zeigen, wie man einen eigenen Discord-Server einrichtet und dann auch direkt loslegen kann. Das Erstellen eines eigenen Discord-Servers ist mittlerweile absolut simpel. Wenn man das mal vergleicht mit vor ein paar Jahren. Und zwar müsst ihr einfach nur im Discord-Client auf eurem PC auf der linken Seite auf das Plus klicken und dann geht es eigentlich auch schon los. Sobald ihr das getan habt, habt ihr nicht nur die Möglichkeit, einen Discord-Server von Grund auf selbst zu bauen, ihr könnt auch fertige Vorlagen von Discord selbst nutzen. Da gibt es schon bestimmte Bereiche, für die diese Vorlagen erstellt worden sind. Es gibt aber auch Vorlagen nicht von Discord, denn wenn ihr eine Community findet, die ihren Server als Vorlage zur Verfügung stellt, dann könnt ihr diese Vorlage nutzen und daraus direkt diese Community kopieren und dann für euch selbst anpassen. Also auch diese Vorlagen sind natürlich möglich. Den Server, den wir hier zusammen erstellen, den werde ich auch einmal als Vorlage unter dem Video verlinken, sodass ihr das Ganze dann nutzen und einfach installieren könnt. Dennoch rate ich euch aber, das Video zu schauen, um überhaupt zu verstehen, wie so etwas entsteht und wie ihr dann selber weiterbauen könnt. Wir werden uns daher darauf beschränken, hier auf Selbst erstellen zu klicken. Wollt ihr eine Vorlage nutzen, könnt ihr das hier tun. Da klickt ihr dann auf die jeweilige Vorlage und seid auch ready to go. Wünscht euch gerne ein eigenes Logo oder ein gesamtes Overlay-Paket, was kein anderer Streamer nutzt und nur für euch angefertigt wird? Dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal Fiverr anschauen. Bei Fiverr handelt es sich um einen Online-Marktplatz, auf dem ihr unter anderem sehr viele Designer findet, die euch eure Wünsche in Form von Overlays, Logos, Emotes und vielem mehr erfüllen können. Einfach in der Suche nach Twitch Overlay oder eurem Wunsch suchen und schon bekommt ihr eine Vielzahl an unterschiedlichen Angeboten. Und habt ihr erst etwas gefunden, was euch gefällt, könnt ihr euch das ganz genau im Detail anschauen. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, so klickt doch gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1289.tv slash Fiverr. Also einmal auf selbst erstellen und dann werdet ihr auch direkt gefragt, ob ihr das Ganze für einen Club oder eine Community macht oder für euch selbst und Freunde. Also auch ein Kumpels- oder Freundinnen-Discord ist hier jederzeit möglich. Wir machen das Ganze hier mal für eine Community. Danach müsst ihr dem Ganzen eigentlich nur noch einen Namen geben. Ich mache das Ganze jetzt hier mal auf nilsson1289gaming. Dann könnt ihr noch ein Foto hochladen für den Discord-Server. Dafür einfach hier auf Upload klicken, dann ein Server-Icon auswählen, öffnen. Das Ganze wird hier direkt eingefügt und dann klickt ihr nur noch auf Erstellen. Und schon habt ihr euren eigenen Discord-Server. Ja moin, ihr könnt abschalten. Fertig. Ne, doch nicht. Im Prinzip ist der Discord-Server jetzt fertig. Ja, es sind schon Sachen drin und ihr könnt loslegen, aber er ist ja noch ziemlich nackt. Und ich möchte euch jetzt einmal zeigen, an welchen Stellen ihr nun weiterbauen könnt, um den Discord auszubauen, so dass er zu euren Bedürfnissen passt. Auf der linken Seite findet ihr unter anderem alle Textkanäle und alle Sprachkanäle. Das heißt, hier ist ein Sprachkanal, da kann ich draufklicken, dann joine ich in den Sprachkanal und kann mich dort mit anderen unterhalten. Ihr könnt jederzeit hier die Verbindung trennen, wisst ihr sicherlich schon. Und ihr habt auch Textkanäle, auf die ihr klicken könnt, in denen ihr was schreiben könnt. So, aber wie bekomme ich nun weitere Textkanäle? Wie bekomme ich weitere Sprachkanäle? Und vor allem, wie kann ich das Ganze vielleicht richtig cool gruppieren? Fangen wir als allererstes mit dem Textkanal an. Der ist relativ simpel. Dafür geht man einfach bei Textkanäle hier auf das Plus und kann einen neuen Textkanal erstellen. Wir geben dem Kanal mal einen Namen, wie zum Beispiel die Plauderrunde, wo man sich einfach unterhalten kann. Fertig. Privater Kanal. Wenn ihr das anhakt, dann wird der Kanal auf Privat gesetzt. Das heißt, nur Leute mit den jeweiligen Rollen können darin schreiben und auch lesen. Also, wenn ihr von Anfang an gleich Privat setzen wollt, könnt ihr das hier machen. Ansonsten, wenn ihr den Kanal nun erstellt, ist er für alle auf eurem Discord sichtbar und kann auch beschrieben werden. Kanal erstellen? Fertig. Und schon habt ihr eure Plauderrunde und dort könnt ihr loslegen und Nachrichten schicken. Wie ist es aber, wenn ihr eine Kategorie anlegen wollt, die für sich gesehen eigene Textkanäle hat und vielleicht auch Sprachkanäle? Kategorien könnt ihr auch erstellen. Dafür geht ihr hier einfach auf der linken Seite in das leere Feld, macht Rechtsklick, Kategorie erstellen. Nennen wir das Ganze zum Beispiel mal Social Media. Auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, eine private Kategorie zu erstellen. Also, dass diese gesperrt wird für alle anderen. Ansonsten ist sie öffentlich. Kategorie erstellen und schon findet ihr auf der linken Seite hier nun einen Reiter. Und in diesem Reiter können wir unter Textkanäle und unter Sprachkanäle erstellen, die dann nur in dieser Kategorie drin sind. Auch ziemlich praktisch. Der Vorteil ist später, wenn man zum Beispiel rollenbasiert, das Ganze mit Rechten versieht, ist, dass man sagen kann, alles klar, alle Kanäle unter der Kategorie Social Media bekommen die gleichen Rechte. Also brauche ich die Rechte nur für Social Media, die Kategorie bearbeiten und nicht für jeden einzelnen Kanal unterhalb von Social Media. Der Vorteil der Kategorie ist nun, ich kann das Ganze zum Beispiel anklicken und hier mal hochziehen, dass ich dort nun mehrere Kanäle reinpacken kann. Zum Beispiel möchte ich einen Textkanal haben, der öffentlich ist, wo automatisch gepostet wird später, dass ich online bin auf Twitch. Wir nennen den einfach mal Live. Und dann möchte ich vielleicht noch einen Textkanal haben, in dem gepostet wird, wenn ich ein neues Video auf YouTube habe. Den nennen wir einfach mal neues Video. Also wieder auf plus neues Video. Kanal erstellen. Ihr seht, super easy. Ich habe nun eine Kategorie, die kann ich auch zuklappen. Das macht das Ganze übersichtlicher, wenn man sehr viele Kanäle hat. Und ich habe hier noch extra Textkanäle, allgemein und Plauderrunde und einen Sprachkanal. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben ist, wie kann ich denn noch weitere Sprachkanäle hinzufügen? Diese kann ich entweder hier unter der Kategorie Sprachkanäle global anlegen oder aber auch in einem Reiter direkt, also in einer Kategorie. Machen wir einfach mal einen neuen Sprachkanal. Dafür klicke ich dort, wo ich den Sprachkanal haben möchte, auf das Plus, sage dann Sprachkanal und habe im Endeffekt genau die gleichen Einstellungen wie auch für einen Textkanal. Ich muss dem Sprachkanal einen Namen geben, zum Beispiel on stream, wenn ihr streamt und in einem Kanal sein wollt, in dem nur Leute reinkommen, die ihr ausgewählt habt. Den setzen wir dann mal auf privat und dann sagen wir weiter. Jetzt kann man auch bei privat auswählen und das bezieht sich auch auf alle Sprachkanäle und Textkanäle, wenn sie als privat gesetzt worden sind. Ihr könnt nun sagen, wer darf denn dort was schreiben oder halt dort sprechen? Welche Rollen haben Zugriff? Dafür müsst ihr ja einfach die Rolle angeben oder einfach überspringen. Dann könnt ihr das auch später machen. Wir werden hier überspringen, weil wir noch keine Rolle haben. Super, wir haben nun Textkanäle, wir haben eine Kategorie und wir haben auch Sprachkanäle. Was jetzt noch fehlt, sind wichtige Rollen. Rollen sind Rechtehalter, also einer Rolle weist man Rechte zu und diese Rollen kann man dann Benutzern zuordnen. Das heißt, ein Benutzer A bekommt zum Beispiel eine Rolle Admin und durch die Rolle Admin bekommt er alle Rechte, die der Rolle Admin zugeordnet sind. So einfach ist das Prinzip. Lasst uns doch ein paar wichtige Rollen anlegen. Dafür einfach oben links auf euren Servernamen klicken, dann einmal auf Server Einstellungen und dort dann auf den Reiter Rollen. Bei Rollen gibt es erstmal die Rolle Ad Everyone. Die bekommt jeder, der auf euren Server kommt und hat damit alle Rechte, die die Rolle Ad Everyone hat. Klicken wir da einmal drauf, dann sehen wir hier auch alle Rechte. Ad Everyone darf die Kanäle sehen, es sei denn, es sind private Kanäle. Ansonsten darf Ad Everyone eine Einladung erstellen, also neue Leute einladen auf den Server, den Nicknamen ändern, Nachrichten senden, Nachrichten in Threads schreiben, dann öffentliche und private Threads verwenden, Links einbetten, Dateien anhängen, also schon ziemlich viel. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass ihr sowas wie Links einbetten und Dateien anhängen entfernt für Ad Everyone, damit nicht Leute einfach auf euren Server kommen und direkt losspammen. Änderungen speichern, dann wird die Rolle auch gespeichert. Außerdem absolut wichtig, ihr wollt nicht Leuten das Recht geben, denen ihr nicht vertraut, einfach alle anzupingen. Also nehmt bitte für Ad Everyone dies Recht, erwähne Ad Everyone, Ad here und alle Rollen weg. Speichern. Ihr bekommt hier dann noch weitere Rechte angezeigt, zum Beispiel, was ich auch Quatsch finde, ist, dass jemand eine Videoübertragung starten kann, wenn er ganz neu auf euren Server joint. Also nehme ich das eigentlich auch immer weg. Änderungen speichern. Welche Rollen finde ich persönlich denn für einen Server, mit dem man gerade startet, wichtig? Ganz wichtig, eine Adminrolle. Also einfach hier bei Rollen auf das Plus klicken, dann auf Anzeige klicken, der Rolle einen Namen geben, zum Beispiel Admin, dann der Rolle eine Farbe zuweisen, wenn ihr wollt. Dann kann man sagen, dass diese Rolle auf der rechten Seite, wo die Mitglieder angezeigt werden, gruppiert wird. Das heißt, wenn man das hier anhakt, würde jetzt jeder, der diese Rolle hat, auf der rechten Seite unter dem Rollennamen angezeigt werden. Auch super spannend, damit man gleich sieht, wichtige Rollen auf der rechten Seite, okay, ja, die und die Benutzer. Perfekt. Jedem erlauben, diese Rolle zu erwähnen. Wenn ihr eine Supportrolle habt, die genau dafür gemacht ist, ja, kann man das anhaken. Ansonsten würde ich das nicht machen, denn sonst kann jeder diese Rolle pingen. Ihr könnt dann die Änderungen speichern und was nun super praktisch ist, damit ihr eure Rollen ausprobieren könnt und auch die Rechte nachher auf eurem Server, habt ihr hier die Möglichkeit, Server mit Rolle betrachten anzuklicken. Dann könnt ihr mit dieser Rolle auf eurem Server schauen, was die Rolle dann kann und somit überprüfen. Der Rolle Admin würde ich euch empfehlen, einfach wirklich alle Rechte zu geben. Das heißt, hier alles auf grün zu setzen und dann auf Änderungen speichern. Jetzt würde ich euch empfehlen, noch zwei weitere Rollen anzulegen, nämlich einmal Moderatoren und Mitspieler. Also wieder hier auf das Plus klicken, dann bei Anzeige einen Namen vergeben, Moderator, dann eine Farbe vergeben, zum Beispiel ein grün, wieder gruppieren und speichern. Ich würde euch empfehlen, hier bei den Berechtigungen erstmal alles auf Standard zu lassen und dann, was zum Beispiel ganz interessant sein kann für einen Moderator ist, dass er Nachrichten löschen kann. Dafür ein bisschen runter, dann hier zum Beispiel Mitglieder kicken und Mitglieder bannen, das sollen Moderatoren ja können und auf jeden Fall Nachrichten verwalten. Dadurch kann der Moderator dann Nachrichten löschen von anderen Mitgliedern. Einem Moderator möchte ich auch das Recht geben, Links einzubetten und Dateien anzuhängen und fertig. Änderungen speichern. Und nun noch eine letzte Rolle, nämlich eine Rolle, die alle bekommen, die mit euch zusammen zocken wollen. Also nochmal auf das Plus, dann nennen wir das zum Beispiel Mitspieler, geben dem Ganzen auch eine Farbe, ich mache das mal orange, da gruppiere ich das Ganze zum Beispiel nicht. Änderungen speichern. Was sollen Mitspieler können? Mitspieler sollen folgende Möglichkeit haben. Im Endeffekt erstmal alles wie zuvor, Kanäle ansehen, ja ganz wichtig, Einladung erstellen und Nicknamen ändern ist auch vollkommen in Ordnung, Nachrichten senden, Threads verwenden, Reaktionen hinzufügen, Nachrichtenverlauf anzeigen, aber Verbinden, Sprechen und Sprachaktivierung verwenden. Das Ganze können wir nun auch so lassen, schließen. Was haben wir jetzt? Wir haben drei verschiedene Rollen, Admin, Moderator, Mitspieler und die vierte Rolle, AddEveryone. Jetzt wollen wir noch eine Sache sicherstellen und zwar haben wir einen Sprachkanal erstellt, in dem man zum Beispiel reingeht, wenn man selbst am Streamen ist und dort soll ja keiner einfach reinkommen können. Das heißt, wenn ich da reingehe, soll nicht jeder auf meinem Server mir beitreten können. Was kann ich aber machen, dass ich zum Beispiel in diesem Sprachkanal die Möglichkeit habe, dass meine Moderatoren zu mir kommen können? Dafür gehe ich ja einfach auf das Zahnrädchen bei dem Sprachkanal, gehe dann auf Berechtigungen und sage dann, wer kann auf diesen Kanal zugreifen, Mitglieder oder Rollen hinzufügen und suche hier jetzt nach der Rolle Moderator. Fertig. Moderator hat Zugriff, perfekt. Das Ganze schließen und schon können meine Moderatoren auch mit in meinen Sprachkanal kommen. Alle anderen, die vielleicht mitspielen wollen, die können ja in den Allgemein-Channel kommen und die könnt ihr dann zu euch ziehen. Im Endeffekt ist euer Discord-Server jetzt fertig. Ist zwar noch relativ klein, hat nicht viele Channel, füllt das doch gerne mit Leben, aber ihr könnt damit loslegen. Ich werde euch auf jeden Fall in Zukunft jetzt noch jede Menge neue Discord-Videos bringen, damit ihr wisst, wie man das Ganze weiter ausbauen kann und dann eine Riesen-Community daraus entsteht. Das Ganze habe ich euch hier links einmal verlinkt. Dort sind noch ein paar ältere Videos drin, die werden nun Step-by-Step durch neue Videos ausgetauscht und dann habt ihr auch wirklich alles, was ihr braucht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!